das ist das ganz einfach weg treten das ist spa da treten doch mal einfach runter hier auf untertreten total ist richtig brutal ihr macht immer die schwächeren fertig die stärkeren habe ich keine chance deswegen auf die verheeren immer auf die klein wenn wir die katze gejahmert ihr habt ihr endlich angezogen denn einer hat schon eine keule in der hand das ist schon nicht mehr nicht mehr ganz so einfach hier hat schon eine keule steckt mir steckt ein teil im oberschenkel ich hab vor einem arm gehabt schade schade ist schon wieder weg dein pfeil so schnell geht das mensch ich habe eine eisachs mit da muss man richtig schaden machen können leute verprügeln mit der eisachs dann irgendjemand richtig übertrieben naja guck mal das tosari bestimmt hier oder wo ist eine eisachs hütte die müssen uns auch mal angucken muss man besuchen gehen die ist im norden oben da sollte ich mal ein bisschen mehr level ich sage ich so nicht so weit der zockt dass du selber nicht so viel echt wirklich ja hier ist eine schildkröte wie machst du eigentlich so viel schaden mit dem du kannst du nicht so doll sein na doch du bist schon ganz schön doll durch habe ich überlegt damit 60 und ich habe eine obsidian schweren obsidian schwer mit 50 schaden wie ist denn eigentlich die legion rüstung wie ist denn die eigentlich die wo ich jetzt anhabe oder die richtige legion rüstung weiß ich diese ruhige da die rüstung der stillen legion schwer die schwer also mit der bin ich sogar noch überladen wenn ich die anhabe ach das ist am ende auch wichtig also selbst die rüstung zählt wirklich als gewicht da muss man also quasi richtig muss man auf gewicht level damit man auf stärke und gewicht damit man das alles versteht das okay kommt auch immer darauf an welchen kampfstil du hast als bogenschützer ist wichtig als nahkämpfer finde ich das wichtig wäre beweglich zu sein warte mal kommt man noch mal zurück hast du denn da wieder was hingeschmissen ach so das ist falls wir sterben damit wir dann gleich wieder hier respawn sozusagen sind wir also schon in der nähe ja das geht da irgendwie nicht kommen auf die andere flussseite haben nur kurz aufgeteilt so heißt also hier in den schatten legen wir jetzt die betten ja 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 da wo es halt geht so und schauen wir doch mal wo ist das bett das bett das kann ich das immer weg problemlos auch hier dieses land wurde bereits eingefordert sagt er mir ach so ne bist du jetzt auch nicht hallo verpackt ne vielleicht ist die base hier ah ich kann ich kann hier hier kann ich okay guck mal ich kann hier hinten hier kann ich ich habe auch keinen kreuz aber das macht trotzdem nicht hinlegen ach so das stimmt das stimmt kein kreuz ist weg dann kommt man dort nochmal zurück auf die andere seite muss man halt einmal um den felsen rum warum ist mit r1 oder womit ist bau ja mit r1 ja also das ist die andere base nehmen wir an zu machen ja da ist eine kleine ich habe ich habe über das traps das ende entdeckt denn jetzt zu mir kommst kommst du zu traps das ende ok da müssen wir eh rein ach so ja also bist du wo sagt bist du jetzt muss aber was versuchen nochmal auf der anderen seite drüben nochmal ich komme nochmal rüber hier ja äh geh da mal raus ja oder ich bin jetzt hier in der ecke ne hier geht es auch wieder nicht ach da gibt es eine bombenexplosion ungültige gebäudeplatzierung davor hast du einen platz gefunden mittlerweile nö noch nicht der jochi macht uns grad einen platz der macht uns grad einen platz jo da sprengt der eine basis weg also das kleine häuschen ja das steht da das steht da schon von anfang an alle das ist trotz dass ich so weit weg bin habe ich ja immer so abgekriegt pass auf ich mache folgendes ich gehe mal auf die ich bin noch an der an der an der da wo ich vorhin war ich mache jetzt mal eine markierung auf die karte genau ich mache jetzt mal eine markierung auf die karte warte mal ich gehe mal hier hin ich mache mal hier ein so kein name markierungsname ich kann aber den markierungsnamen nicht ändern das geht halt auch verpackt alles verpackt warte mal welches haus habt ihr weggesprengt ihr habt jetzt ich habe ihn hingelegt bei mir liegt es jetzt ja bei mir auch aber ich achso da da ok da ok ich komme da das heißt also quasi hier hat also quasi ganz zu beginn jemand ein haus hingebaut und hat es dann einfach stehen lassen ja ein paar wände ja ein paar wände wir müssen unsere Asset eigentlich auch mal abreißen ja wir müssen unsere Asset eigentlich auch mal abreißen das hatte nicht mal das hatte nicht mal ein Dach auch keine Tür vielleicht wird es auch von der Säuberung habe ich schon oder so aber naja ok was jetzt ganz wichtig ist in diesem Lager ganz da hinten seht ihr dieses schwarze diesen schwarzen Spalt ja da müssen wir rein so was wichtig ist vorne also wenn ihr ziemlich also wir gehen jetzt eine Ecke nach der anderen ganz hinten ähm müssen wir einen Krieger finden und den da oben reinlocken weil da oben ist eine Plattform auf der wir den Krieger töten müssen um in die um in den Dungeon zu kommen ok sonst kommen wir da nicht sonst kommen wir da nicht rein und äh im Endeffekt müssen wir ihn halt hinterherlocken und dann da oben töten also nicht alles niedermetzeln sondern anfangs ok aber sobald wir weiter hinterher kommen müssen wir ein bisschen vorsichtig sein ok ok jetzt sind gleich hier rechts welche ok ja und Bogenschützen könnt ihr immer töten ok die alte Hexe hat gerade geschrieben dass sie die zuerst jetzt zu Ende geguckt hat wer hat mich denn jetzt gerade umgefollert von euch? mich hat es gerade nach hinten umgeschmissen das war ich voll umgehauen hat es mich he 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 hast du gerade die nackte frau platt gemacht ja? ja ja schwarze Busen oje zum Glück habe ich es nicht gesehen paar Pfeile brauchen wir ja ne das kann man nur lindern nix lindern komm rein Katze komm alle sind immer gut alle sind immer gut alle sind immer gut ok so jetzt haben wir noch den jetzt haben wir hier noch den warte mal brauchst du eigentlich auch noch so ne ähm deine 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 Glaubensvision ich weiß nicht was das ist ja diese jesuslein Ambrosia war das Ambrosia was du hast? ja Ambrosia ist eigentlich immer gutes haltungsmittel ok das heißt aber momentan haben wir noch genug ich belegte auch noch ne Leiche falls jemand braucht da hinten tanze sei ok nimm dir das mal du meinst also Ecke für Ecke ganz sanft gehen wir diese durch und kloppen alles einfach nieder hier äh könnt ihr noch nen tanz lernen an diesem buch ok ok und interagieren ah jetzt ja pass auf ich merks grad ja den kannst du noch töten an welchem Buch? ach hier ja das hinten dirnen tagebuch es lohnt sich was dirnen tagebuch? nö echt jetzt tatsächlich ja auch dirnen tagebuch ja ok ach hier ich hab jetzt n medizinmann an mir kleben ok ok also der rennt mir auf jeden Fall hinterher das ist Sinn und Zeck der Geschichte ach so das heißt du nimmst jetzt mit Absicht mit damit du den da oben bekämpfst jaja und ich mach jetzt den anderen der jetzt da kommen da kommen noch drei oder vier ja egal lass die da hochklappen und dann ok dann kloppen wir so oben äh lauf hoch lauf hoch lauf hoch lauf hoch ja das heißt ihr solltet ihr müsst das halt mit hoch ne also ihr müsst auch da also hier oben jetzt alle rein ok und hier auf diesen Ding ach hier ok jetzt seht ihr auch die Geister und die zeigen euch jetzt was man da machen muss geht mal weg ich mach die schnell platt ok ok das heißt du musst jetzt diese Gesten machen oder was ne die zeigen dir halt einfach die zeigen dir halt einfach dass die hier Leute getötet haben oh jetzt hab ich auch Glück gehabt dass ich sie noch platt gekriegt habe oh ja warte mal ich hab das ich hab das Problem dass ich hier gerade platt gemacht äh ja du musst runter springen ok ok oh es ist der Kopf weg gewesen Junge 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 so da gehts ja runter ihr solltet euch beeilen die geht gleich wieder zu komm einfach runter hüpf rein junger Mann ok so das wäre ja fast schief gegangen jetzt aber auch nur fast die haben mich ja schon ganz schön platt gemacht tatsächlich also äh halbe Energie war weg ja 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 ich wollte gerade zeigen jetzt kommt ein Ladebildschirm deswegen habe ich euch äh Dinge gegeben Verbände ok ok was für was damit um mich zu heilen ja warte ich dann muss ich mir das ja anlegen die Verbände warte mal äh musst du aber deine Waffe ob Waffe und Schild darfst nicht ausgerüstet haben um zu benutzen ach so und du musst auch warten also das geht nur also ihr müsst du musst du darfst nicht ausgerüstet also keine Waffe ausgerüstet haben und du darfst ja auch nicht ausrüsten während des Hochhalts und Sprutzes abgebrochen ok warte pass auf dann mach ich das mal ich nehme jetzt die Rüstung mal weg und jetzt ziehe ich mal in den Verband rein so genau und dann musst du warten bis die Regeneration fertig ist und dann kannst du dich wieder ausrüsten ich habe eh bloß ich habe ja kein Schild ich habe ja eh bloß äh ein Sperr ich habe dir vorhin ein Schild gegeben du musst dir ein Schild äh gut beim Zweihand ja 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 gehen wir in den Versag ja das ist ein neues Rezept erlernt ok genau was kann man dann da machen mit so so du hast ein neues halt genau kann man da was neues bauen irgendwie wahrscheinlich irgendein Totem oder sowas irgendwas schickes genau hier unten sind auch so Figuren wie taucht man entweder rein springen oder vier dreieck aber da unten ist nicht da unten ist halt die Kiste ab und zu ja da ist ne Kacke drin die kommen wir wieder hoch die kommen wir wieder hoch klar ist er häufig hier ne mit äh Degen wie es naja ich bin wieder oben so hoff ich mal ich bin auch da ja ja ich seh dich eigentlich nur geradeaus drüber ihr müsst nur aufpassen hier sind äh ziemlich große Exerfiecher Oh ja genau ich seh grad hier ist ein Leguan irgendwas wenn du so was jo die sind böse und giftig ja was auch dann ich geh schnell warte 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 ach jetzt ist er hinter mir komm zu mir oh der hält ganz schön was aus ich hab ihn genau am Anfang hier guck mal am Eingangsbereich habe ich ihn vor mir sitzen aber der kommt nicht aus dem Wasser he he der verbrennt ey komm und er brennt ja am Wasser hä ne das ist das Wasser wo brennt das ist das Wasser was brennt der hier drinnen schwimmt ja guck mal aber der ist der bewegt sich nicht mehr guck mal der backt also doch der sitzt einfach drinnen fest ich habe den ehre drauf gehauen und dann seitdem liegt er da so das war super was ich gemacht habe das geht nicht dann kommt man zu mir liebling kommt zu mir alligator ist das hier ist schon ein bisschen verpackt oder neck das war doch gerade von mir da war er bei euch hier gibt es auch leuchteschleim oder sowas ja dieses leuchten der dinge ach so einfach hier unten im wasser ist aber eigentlich nur für die leuchtes das ist mit dem zwei mit dem zwei hinter ist es wirklich so da muss man echt aufpassen das war ich ja ja das war ich wir müssen jetzt eigentlich geradeaus weiter nur aber halt auch wieder zusammen ok jetzt ich bin da solche türen werden wir jetzt öfters finden ok die gehen mit viereck auf ok ok man kommt wieder miniver blockart schreibt hier gerade impuls miniver da wollen wir mal wieder miniverd spielen wenn es wieder interessant wird standard antwort das stimmt standard antwort ja das leider ein bisschen ausgelutscht irgendwie die spiel jetzt geht es ein bisschen ans rätsel machen also dieses symbol da oben wenn ihr das seht also manchmal ist auf also auf höhe von von dir du kannst ja nirgends klettern genau ok so und manchmal ist halt weiter weg und deswegen braucht man teil und bogen dann geht es da rein und jetzt wird rechts und links wasser steigen dann kann man da rüberschwimmen solche rätsel gibt es hier halt dann dauern nicht wundern es ist nur ein bisschen buggy wenn du schwimmst und zwar gleichzeitig steigt dich ein bisschen komisch ok das ist mein luger liebling genau genau oh jochi kann fliegen gut echt ja hat was hat was von sirene gehabt gerade also ich finde ich habe gerade so ein quietschengeräusch gehört aber das kann mich auch geirrt haben jeder hat eine stimme geredet das ist das relikt des abgrund ok sieht aber nicht so schön aus wie es sich anhört ok so wer sind wir jetzt schon sind wir jetzt schon drinnen also oder kommen da noch was kommen mein liebling kommen wir sind schon drinnen schon mitten dabei wieder fallen bogen guck mal ich zum beispiel habe ja bloß den bogen aber auch keine doch ich habe auch pfeile schon ich habe auch pfeile doch doch genau du hast mir welche gegeben das richtig genau das steigt auch ausrüsten ja du musst die pfeile auf die waffe ziehen ok so so hier drüben es war ja wasser fällt wieder das geht jetzt immer hoch und runter müssen wir auf die andere seite rüber oder oder wie läuft das jetzt wir müssen da hoch ach in die mitte ok das türen das war schön ich schwimme so tor auf wie seid ihr jetzt hier raus gekommen rausklettert gut gehüpft mit x supfen oh nein oh was habe ich Glück gehabt hier unten ich bin treppe runtergefallen hehehe muss ich nicht umbringen ja eigentlich hatte ich das nicht vor aber ich hatte schon die angst dass das gleich passiert so okay johri mein klei mein kleiner fisch schwimmen wo soll man jetzt hinschwimmen mein kleiner fisch ich kann zwar schießen aber es bewegt sich nicht schwimmen so wo soll man jetzt hin wir müssen auf dieses mittelding hier oben drauf ne ja bleib dir mal bleib dir mal da hinten ich geh hier hoch da gibts zwei schalter glaube ich jetzt wenn das so ich komm ja gar nicht hoch doch hier hä ja ich bin jetzt hier oben in der mitte hallo naja ich seh euch ich muss hier hin so da drüben da drüben ist auf jeden fall auch was zum anschießen Leute schießen wir mal an also ich hab meines gerade angeschossen ich hab auch eines angeschossen aber das ist jetzt nicht möglich was passiert ja doch jetzt kommts nochmal hoch warte mal warte mal ich versuche mal das mit dem bogen auch hinzukriegen ich nehme jetzt den bogen und dann einfach mal wieder geradeaus rüber ja ja genau ja genau und dann bitte dann wie hattest du gesagt die pfeile werden einfach auf das auf die waffe gezogen ja ja du musst die pfeile auf dem bogen gehen ja hä aber so ja alles klar so okay und jetzt warte mal ich muss warten bis das wasser wieder oben ist ok ich komme ja wo müssen wir dann weiter hier gehts nicht weiter so bin draußen jetzt versuche ich auch mal einen schuss zu machen ja ihr seid falsch ja hier gehts nicht weiter ne genau hier kommen dann wieder ins wasser mit in die mitte ja ja da müssen wir wieder wahr auf die nächste blut ok da sehe ich das auf jeden fall ok bogen kann ich jetzt auch schießen eigentlich mal gucken wenn du ausgerüstet hast dann ja ich probier's mal dann erstmal hoch schwimmen was wir müssen jetzt hier oben hin ja hier muss man hin so ja warte mal ich will mal probieren ob ich auch schießen kann tatsächlich kann ich gut bis dahin bis dahin bis dahin bis dahin bis dahin Vielen Dank.